Hallo. Hallo. Gehst du spazieren? Ja, ich geh jetzt immer um diese Zeit noch ein bisschen spazieren. Ich auch. Ich geh jetzt auch viel öfter spazieren als früher. Am liebsten schon ganz früh morgens vorm Aufstehen. Äh, ich mein nach dem Aufstehen. Also vorm Frühstück. Mimmi, willst du gar nicht wissen, was es gewesen ist? Nein, Anna. Es interessiert mich nicht, womit du und Martin beschäftigt wart. Mimmi. Mimmi, Martin hat... Martin hat um meine Hand angehalten! Ah! Hat sich jede erdenkliche Mühe gegeben mit dem Kind. Bei allem Respekt, Frau Gräfens, ja? Aber ihre Tochter wird seit Montagmittag dieser Woche vermisst. Wir haben jeden Grund anzunehmen, dass ihr was passiert ist. Dramatische Auftritte sind nun mal Maikes besondere Stärke. Das hat sie von ihrem Vater. Gerade jetzt, wo mein Mann in den Vorstand der Koratobank AG gewählt werden soll. Sie können mit großer Wahrscheinlichkeit davon... Die Datade Mittal ... Untertitelung des ZDF, 2020